Musik Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute beschäftigen wir uns mit Bullet Journal. Für die, die es vielleicht noch nicht kennen, Bullet Journal ist ein Kalender zum Selbstkreieren. Ich habe jetzt hier nicht ein Notizbuch, wie die anderen es haben, sondern einfach so einen Ringplaner, den ich mit euch gestalten möchte. Musik Ich will jetzt mit euch das Deckblatt gestalten. Dafür habe ich jetzt Pusheen Katzen mit Bleistift vorgemalt. Ich empfehle euch mit dem Bleistift leicht aufzudrücken, damit ihr dann beim Radieren keine Bleistift, ja, Spuren hinterlässt. Ich umrande das alles dann mit einem schwarzen Stift. Ihr müsst aber nicht Pusheen nehmen, ihr könnt einfach malen, was euch gefällt. Musik Ich habe hier jetzt alles schwarz umrandet, ja, und die Katzen werde ich jetzt grau ausmalen, weil die wirklich, also die Pusheen Katzen grau sind. Das Horn werde ich in Pastelltönen machen. Dann mache ich noch so einen Schriftüberzug und dann noch verschiedene Pastellpunkte. Tadaa, fertig ist mein Deckblatt. Ich will nun die Ecken abrunden, weil ich es so schöner finde. Und das, also ich benutze jetzt die Stanze. Die Stanze kriegt ihr im Bastelgeschäft oder im Bastelladen. Oder wenn ihr eine ganz ruhige Hand habt, könnt ihr auch eine Schere benutzen. Nun sind die Ecken abgerundet und ich benutze jetzt einfach ein leeres Ordnerblatt, das schon vorgelocht war in meinem Bullet Journal. Ich benutze es als Vorlage, damit ich weiß, wo ich mit der Lochzange lochen muss. Ich loche das jetzt alles. Die Zange findet ihr im Bastelgeschäft. Musik Ich habe jetzt mein Deckblatt schon eingeordnet und damit es nicht so leer aussieht, mache ich aus dem Motivkarton noch Sublenden rein. Für habe ich Motivkarton zugeschnitten, sodass es in mein Bullet Journal passt. Die Ecken abgerundet und vorne und hinten in die Taschen geschoben. So sieht das auch netter aus. Zum Schluss möchte ich noch einen Key gestalten. Den benötigt man, um zu wissen, welches Zeichen deinem Bullet Journal welche Bedeutung hat. Ich schreibe als Key jetzt ein Punkt für To-Do, ein Kreuz für Erledigt und ein Ausrufezeichen für Ideen. Das mache ich noch mit verschiedenen Farbmarkierungen für verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel Schule. Nun ist meine Keykarte fertig, die Ecken abgerundet und nun befestige ich jetzt das mit einer Büroklammer an meiner Blende. Beim nächsten Video kommt das zweite Teil von dem Bullet Journal und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und ja, ciao, eure Miss Fox. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.